Jau, da sind wir mal wieder. Du Arsch. Das war gar nicht geplant. Nein, war überhaupt nicht geplant. Ja, aber da sind wir wieder, genau. Der Kanter ist jetzt leider nicht mehr dabei. So ist das Leben. So ist das Leben. Ich hab letztens irgendwo in den Kommentaren gelesen, geht doch mal im Keller und dann macht ihr das einfach so, dass wenn ihr geradeaus durchgeht oder wie auch immer, ist halt egal in welche Richtung, dass wir da unser Höllentor platzieren, was ich im Grunde genommen eigentlich eine coole Pose für das Tor finde. Und was mir letztens eingefallen ist, du hast mich ja gefragt, wo wir die Türen machen. Im Endeffekt finde ich es, glaube ich, doch besser, wenn wir hier die Türen rein machen. Ja, aber gut, dann müssen wir hier überall die Türen rein machen. Ja, aber das, aber, ne, naja. Ich glaube, ich würde nur hier die Türen machen, weil ja quasi hier dann der direkte Ausgang nach draußen ist. Und wir, wenn wir hier drüben hier so einen Tunnel oder so was drüber machen, dass wir dann, aber nicht hier die Türen haben. Man nennt das auch Brücke und nicht Tunnel, aber... Ja, oder Tunnel, Brücke, Brücke, Tunnel, mach die Tür zu, wenn du reinkommst. Ja, ja, im Prinzip, das haben wir nichts. Der letzte macht das nicht aus. Obsidian, das heißt, wir müssen wohl oder übel dann irgendwann noch mal in den Cave rein. Aber wir können das ja schon mal vorbereiten. Ich habe keine Diamantenspitze, okay. Sollen wir das nach links machen, das Tor? Ich dachte gerade auch, haben die doch gerade gesagt, oder? Ja, das war jetzt gerade so. Ich weiß nicht mehr, wie das jetzt geschrieben war. Tja, das kann ich auch nicht. Ich habe auf jeden Fall erstmal was zu essen. Jetzt bin ich gleich wieder mittendrin in der Machung. Ich habe nur noch rohes Fleisch. Dann hole ich mir auch mal was, ne? Ja, dann mal. Wieso liegt denn hier überhaupt rohes Fleisch drin? Das brauchen wir nicht. Machen wir mal zehn Brot. Reicht erstmal. Hast du noch erst zu essen für mich drin gelassen? Ja, neun Brot. Neun Brot und dann nehme ich noch hier zwei gebraten Fleisch mit oder sowas. Fertig. Ich würde fast sagen... Sollen wir irgendwas Besonderes machen? Irgendwas Cooles oder was Besonderes so? Oder sollen wir einfach jetzt nur irgendwie der Töntel hier hinbauen? Man kann ja erstmal... Ja, wir müssen auch noch unseren Enchanting-Raum. Wollten wir hier unten auch noch hinbauen, ne? Ja, den Enchanting-Raum würde ich, glaube ich, sogar ziemlich direkt hier hinbauen. Da würde ich gar nicht mehr noch weitermachen. Da würde ich jetzt hier quasi schon einen Raum anfangen lassen. Aber wir brauchen auch zwei davon. Ach, weißt du, was eigentlich toller ist? Ne, was denn? Wenn man das wirklich alles als gangen lässt. Auch das hier. Und dass man dann hingeht und zum Beispiel... Da rein, meinst du? Hier jetzt eine Tür reinmacht... Genau, da ruhig auch nicht mehr. ...dann ist hier ein Raum. Ja. Da haben wir letztens auch schon gesagt, glaube ich. Kann man das jetzt nämlich hier so schön alles ausbuddeln? Haben wir nicht, aber... Ich habe das letztens schon gesagt. Da hast du ja gar nicht zugehört. Wie viel Platz haben wir denn? Ich höre nicht zu. Drei nach links, drei nach rechts. Da müsste ja dann sogar reichen. Eins, zwei, drei. Für was? Für den Enchanting-Raum? Ja. Haben wir denn da in der Mitte? Ja, klar. In der Mitte. Klar, wir sind ja mittig reingekommen. Die Kohle. Kohle. Die Kohle. Oh. Was machst du denn? Du machst den Boden kaputt. Ja, ne. Ja, müssen wir im Prinzip... Obwohl... Ach, Cleanstar auf dem Boden ist schon cool. Können wir lassen eigentlich hier, oder? Lassen wir, ja. Obwohl, das ist auch blöd, weil wir hier überall... Ja, müssen eigentlich... Eigentlich müssen Bricks rein. Ja, sind wir uns einig. Ich habe eh Bricks mit dabei. Zumindest 64. Dann, äh... Kann man den Boden direkt mit weghacken. Ja. Ja, was ist das denn hier? Achso! Ja. Was denn? Ne, ich habe mich gerade gefragt, warum hier so ausgehüllt ist. Weil du vorhin schon Bau gemacht hast. Ganz einfach. Richtig. Und den habe ich aber gelassen. Weil ich den herrlich finde. Ja. Ich mache mal hier die Kohle aus der Wand. Die kann ich nicht liegen lassen. Tut mir leid. Wenn sie einige Wunder haben, was ich hier mitsumme, ich habe Musik an. Bringen den Leuten im Stream jetzt gerade auch nichts? Nein. Denen bringt das nichts. Aber den in der Aufnahme hinterher. Wie viel Kroh das denn eigentlich, ey? So. Da hast du ein Loch gelassen. X für mich, damit ich mich da reinstellen kann. Hau ab! Wände aus Holz, oder was? Was ist das denn hier? Achso. Ähm. Ja, dachte ich so. Ich habe kein Holz dabei. Warte mal. Wenn wir jetzt hier reinkommen, dann wollen wir natürlich nicht direkt vor dem Ding entstehen. Wollen wir nicht? Deshalb würde ich sagen, fängt dann... Ich hole mal Holz. Das erste Regal fängt dann hier an, oder was? Die müssen wir auch erst noch bauen. Soll ich mal Bücherregal mitbringen, oder hast du die schon unten? Die hattest du... Ne. Aber die hattest du gebaut schon, ne? Oder wir machen hier... 35 Stück habe ich. Oder wir machen hier beide rein. Ne, Quatsch. Ja, doch. Ja, doch. Ich würde sagen, wir machen hier beide rein. Einmal einfach nur so ein Crafty Table ohne Regale. Und eins mit. Und dann reißen wir das hinterher ohne weg. Ganz ohne Regale, oder was? Ja, wir machen uns hier einfach nur... Quatsch. Ah, den müssen wir gar nicht. Wir bauen hier einen ganz normalen Raum hin, als wenn wir das mit Bücherregalen machen. Machen wir ja auch. Aber wir, äh... Wenn wir dann eine Lobby-Verzauberung brauchen, dann reißen wir einfach den Verzauberungstable einmal kurz ab. Und schauen wir dahin, wo keine sind. Ach, was mache ich denn hier? Achso, da muss eh Holz hin, ne? Das ist gar nicht falsch, was ich hier mache. Auf jeden Fall ist es schön dunkel. Ja, jetzt müssen wir auch noch nicht hier mal haben, ne? Ich möchte die Dahl haben, so. Sagen wir mal, der... Ich weiß gar nicht, wie groß das sein muss, mit dem ganzen Bücherregal. Ja, ich habe mir gerade überlegt, mit dem Bücherregal fängt einfach hier an. Ich gucke gleich. Das heißt, da, da steht der Crafting-Table. Wat? Also dein Holzblock hier, da muss ein Bücherregal hin, ja? Dirt-Block, ja. Aber dann rennst du ja auf ein Bücherregal drauf zu. Wenn du reinkommst. Ist das schlimm? Ja, ne, da fängt quasi die Reihe an. Oh, ist so blöd. Aber man kann auch Treppen da dran machen. Ist egal. Okay, keine Ahnung, was du mir jetzt sagen willst. Ich weiß es auch nicht. Dann sind wir uns ja einig. Die Decke muss auch weg. Ja, wenn dann alles, ne? Die Decke aus Holz oder aus was? Ja, haben wir hier zumindest auch. Ja, dann müssen wir uns da auch machen. Ja, sollten wir uns irgendwo anpassen. Im Keller, da hausen Mitchell und Rosamund. Beschwerde über meine Singkünste bitte jetzt an... Warum hast du da einen Bock stehen lassen da oben? Warte, Absicht. Ich weiß nicht, würde dich ärgern. Störbe ich übrigens in keinster Weise. Boah. Boah, da scheiß Dinge da bitte. So, brauchst du da jetzt eigentlich schon da hin? Das ist so wahnsinnig. Wieso? So, wenn du jetzt hier... Warte, lass mal die Kacke hier einsammeln. Das steht nur da rum, um dich zu ärgern. Ich weiß. Geh weg! Warum gehst du immer in die Löcher rein? Ich bin da runtergefallen. Es tut mir leid. So, jetzt lass mal was stehen hier. Geh mal weg. So. Lass das einfach mal da stehen. Was soll das jetzt sein? Das ist der Enchanting-Table. Ja, sieht er fast so aus. Ja, der sieht da ziemlich ähnlich aus. Einfach nur, weil der orientierungslose, orientierungslose Mitchell irgendwo eine Orientierung braucht. Damit er dann weiß, okay, wir müssen jetzt nicht noch weiter rumbuddeln. Das wäre jetzt für... Was auch immer. Da musst du drumherum immer ein frei bleiben, ne? Ja, richtig. Deswegen... Das hat er so schon... Das baue ich hier das Ding ab. Kannst du zuhauen, wo du willst. Das bringt dir alles nix. Okay, mal gucken. Ich hab gesagt, das bringt dir alles nix. Wo bist du denn da hinten? Warum hast du das so... Ja, ist jetzt gut. Ist ja gut. Reisch! Jetzt ist gut. Nein! Ich will das letzte Wort haben. Wie groß willst du das noch bauen, da hinten? Ja, so groß wie das muss. Das ist zu groß. Mach mich in Ruhe. Guck doch erst mal. Wenn hier der Enchanting-Table ist, dann ist da, wo du jetzt gerade bist, die letzte Bücherei, oder? Ja. Und was ist da hinten noch für Platz dann? Weiß ich nicht. Holz. Ja, aber noch nicht zwei Reihen oder drei Reihen. Ne, warte mal. Da ist ja schon... Da hast du ja schon recht. Dann machen wir hier. Ich geh in die Ecke. Der kann nicht planen, der Kerl. Selbst das Holz ist noch eins so weit. Ja. Weil die Bücherregale ja nicht zwingend direkt an der Wand sein müssen. Ist das richtig? Müssen sie nicht, ne. Weil das nämlich kacke aussieht. So. Ist das herrlich? Ne. Ich weiß, aber das kann man zumindest so... Ey! Was machst du denn hier? Du haust mich die ganze Zeit immer bei deinen komischen Fuscharbeiten da. Fuscharbeiten? Du wolltest den Boden stehen lassen. Was laberst du denn? Jetzt buddelt er weg. Ich mach den Boden. Ich hab gleich keinen... Ist er schon weg. Mach doch den Boden doch. Boah, ey. Was willst du? Ah, ich hab noch. Boah, richtig gut. Huh. Gefällt mir. So, ich mach den Enchanting-Table. Ich werde gleich bestimmt irgendwie so einen komischen Geistesblitz kriegen und wissen, wie man den baut. Auf dem Weg dahin. Soll ich dir helfen? Nein. Da guck ich mir an, was du versuchst. Okay, wir brauchen... Vier Diamanten. Vier Diamanten. Haben wir. So, ab jetzt fährt halt auf. Obsidian brauchen wir eh, ne? Okay. Ja, Obsidian brauchen wir. Die Diamanten wieder zurücktun. Ich mach den Stein weg und dann geht euch jetzt ab in den Cave, weil... Wie viele Diamanten haben wir denn noch? Sieben. Wieso sind jetzt hier Treppen drin? Wie hast du aus? Mach ich mir eine Eisenspitzhacke? Äh, ne Diamantenspitzhacke? Da haben wir noch genau vier übrig. Äh, wird eng, ne? Ich mein, da reicht ganz genau. Weil ich hab immer noch keinen Diamantenspitzhacke mehr. Ja, ich sag mal, ich gehe ja davon aus, dass wir wohl eh dann neue finden. Dann bist du optimistisch, du. Performance. Balance. Ja, das ist Power Saber. Ich würde sagen, wir warten noch drei Minuten, bis wir da runtergehen, aber... Wieso drei Minuten? Äh, ne, ist egal. Hast du Dingens angemacht? Ja, genau. Deswegen sag ich ja, dann hätten wir genau in der... Würden wir in der neuen Folge damit anfangen. Eigentlich sind es noch vier Minuten. Ach, egal. Komm, wir legen uns einfach schlafen, gehen dann in die Höhle irgendwo. Dann verstehe du dein Problem nicht. Ich hab kein Problem. Hast du ein Problem? Du hast ein Problem. Alter, hast du ein Problem? Ja, und das ist rot-schwarz. Und grau um die Augen. Guck mir nicht so an. Ein bisschen Holz mit. Guck mir nicht so an. Das ist der automatische Angukeffekt. Der kommt so. Wo ist ein Glas eigentlich? Wo kommt denn da? Ich fragte, der Mon steht da vor. Wofür brauchst du jetzt Glas? Bücher. Und da Werkzeug rein, ne? Äh, haben wir da noch einmal drin? Ja. Ich nehme mal so einen Wassereimer mit. Oh, wir haben Lava-Eimer. Cool. Ja, hab ich letztens irgendwann mal geholt. Glaube ich zumindest. Hier ist Home. Hier haben wir am Anfang unseren Home-Punkt hingesetzt. Seht ihr ihn? Da ist er. Da. Da ist er. Da. Da. Was werden wir denn alles noch brauchen? Fackeln kann ich mir noch genug machen. Ich hab halt noch Holz mit. Ein Crafting-Table hab ich mit. Wir müssen bald mal wieder für essen. Wieso haben wir so wenig Essen? Nee, du kannten halt so viel gefressen letztes Mal, wenn sie hier war. Boah, Alter. Du bist ja am Wegstecken, ey. Mit dem Essen. Du musst überlegen, wir haben letztes Mal acht Folgen aufgenommen und haben keine Hand für Essen gesorgt. Ja, schön, aber ich hab auch selber nicht viel gegessen, so gut wie gar nichts. Wo haben wir denn die ganze andere Kacke? Ah, Stormbrick. Was suchst du denn? Gut, weil mit neuem Brot fühle ich mich irgendwie voll unwohl, wenn wir jetzt losgehen. Haben wir einen Punkt gesetzt? Haben wir nicht. Nimm doch die Äpfel mit. Home. Nimm dir die Äpfel mit. Nimm dir doch die Äpfel mit. Nimm dir doch die Äpfel mit. Hab ich gemacht. So, jetzt gehen wir schlafen und dann geht los. Na gut. Nacht, lieber Mädchen. Halt am Maul. Hör auf. Ich sehe, was du machst. Du hattest schon wieder die, ne? Das ist, damit ich meinen Ständer dabei habe. Mhm. Hier sind übrigens Bücherregale, die können wir noch benutzen. Na egal. So, äh, in welche Richtung laufen wir denn? Ja, am besten wir noch nicht fahren, ne? Wir sind erstens nach Nordwesten gelaufen. Da kommen wir auch zu diesem blöden Dorf. Wir laufen nach Nordosten. Wir laufen jetzt einfach mal nach Westen. Einfach nach Osten. Wir lassen einfach nach Osten. Was ist denn mit Nordwesten? Ne, Osten ist doof. Da war ich schon. Na, Osten laufen wir auch wieder am Dorf vorbei. Laufen wir einfach mal nach Norden. Okay, einfach nach Norden. Gironimo! Also, ich sehe dich noch, ne? Aber das ändert sich ja eh noch. Du bist ja unten irgendwo, ja. Also, ich würde ja auch fast sagen, wir laufen gar nicht so weit. Ich buddel gleich einfach wieder irgendwo runter, ey. Ja, lass uns aber wenigstens ein Stück gehen. Sonst sind wir gleich die Käfze, die wir hier unten schon kennen. Weißt du? Ja, ja. Wieso bist du so schnell? Weil ich laufe. Dahinten sind ganz viele Creeper. Da müsste eine Höhle sein. Du hast Theorien wieder. Wir haben gerade gepinnt. Guck mal, hier ist eine Höhle. Wo denn? Ich habe hier einen Cave bei mir. Ja, warte, hier ist ein Creeper. Der will mich gerade ein bisschen ärgern. Warte mal, wenn man dann... Ja, höre ich was. Komm, du Chicken. Hier ist jetzt ein Loch. Wo bist du denn? Ach, da. Okay. So, hier war jetzt ein Loch. Da. Kohle. Hä, wo hast du denn hier ein Loch gesehen? Wo bist du denn jetzt? Ja, los zurück. Ich sehe deinen Namen, da. Ach, kannst du für einen Arsch spawnen, da ist nicht die ganze Kohle hier ab. Wir haben eh genug Kohle. Ne, haben wir eben nicht. Haben wir doch. Haben wir nicht. Oh, herrlich.